Also ich weiß jetzt nicht, ob mich jemand hört. Ich glaube, nein. Nein, sollte mich jetzt eigentlich keiner hören. Also, hallo, herzlich willkommen zu Among Us. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel spielen muss. Und ich warte nur darauf, dass mich jetzt direkt jemand anschreibt, von wegen Nemi, du Lauch, wir hören dich. Ähm, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig eingestellt. Dafür muss ich zwar auf meine... Nein, schwe ab, Pinky. Ähm, es sind ganz viele Leute mit dabei. Ähm, unter anderem die Pinky. Und der Pinky traue ich ja gar nicht mehr über den... Die rennt mir aber auch nach, ey. Ich schwöre, ich töte dich. Ähm, ich habe so keine Ahnung, wie das Spiel geht. Oh, guck, und die sind jetzt alle einfach weg. Storage Fix Wiring. Was auch immer das ist. Ich habe so keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich glaube, das Spiel ist auch noch viel zu laut eingestellt. Warte mal kurz. So. Hallo. Kann ich das hier vielleicht noch? Ah ja. So, so sollte, glaube ich, besser sein. Äh, Return to Game. Genau. Heute ausnahmsweise. Was muss ich denn jetzt tun? Das ist Murphy. Hey Murphy. Hey Murphy, was ist los? Oh, da hat sich der Balken Obelix... Obelix. Der Balken... Uhu. Obelix hat sich... Nein, geh weg. Ist ein bisschen höher gegangen. Security. Oh, warte mal. Cool. Hahaha. Ich kann die anderen überwachen. Die kommen zu mir. Warte mal. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Begleit tot. Na, geh weg. Und jetzt rennt mir Yuna nach. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und da ist Yuko. Hi Yuko. Petter. Hi Petter. Und Superslide ist auch da. Es sind alle auf einem Hafen. Okay. Muten und dann erzählt mal. Murphy ist tot. Ich hab ihn gesehen. Murphy ist tot. Okay. 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 Hast du noch jemanden gesehen oder irgendwas? Ähm, ich hab Patter gesehen. Ja. Der einen Pass gemacht hat. Okay. Ja, ich war fleisch am Arbeiten hier. Und wo ist denn der Tote? Wo liegt er? Also wo unten links auf der Map oder irgendwo? Ich glaube rechts bleibt links, oder? Kann das sein? Vielleicht unten links. Darf ich dazu auch was sagen? Oder muss ich Klappe halten? Ja, klar. Er liegt in deiner Nähe. In meiner Nähe? Ja. Ja, in deiner Nähe. Ja. Also ich fand ja Pinky ganz schön ausfällig so, gell? Entschuldigung, in der Fall ist es noch ein bisschen für mich. Guck, wie sie die Schuld auf mich schieben will. Nein, ich hab euch beide doch begegnet. Ich bin dann nach rechts gegangen und hab dann den Tank befüllt. Du bist mir hinterher gerannt. Und bei Zufall war Murphy in der Nähe. Du bist doch umgewechselt. Du warst doch die ganze Zeit verdächtig an der Kamera. Und dann hast du sogar mal rumgestanden, als nämlich was zu machen war. Hast du dann nur rumgestanden, hast aber gefühlt gar nichts gemacht. Ja, genau das hab ich. Ich hab gefühlt gar nichts gemacht in dem Spiel. Ich hab nichts geschnallt. Du hast bestimmt ein Messer gewetzt, ne? Aber müssen wir jetzt voten oder so? Nein, also wenn du nicht genau weißt, wir sind noch zu viele. Wenn wir, genau. Es ist besser erstmal zu skippen, weil wir haben die Taskforce alle noch nicht. Und die können nicht genau sagen, wer jetzt der Killer ist, wenn man nur sagt, ich hab nur die in der Nähe gesehen. Also lieber nicht den, weil wenn wir einen Crewman rausschmeißen, haben wir ein Problem. Ein Crewman, was zum Teufel ist ein Crewman? Pinky, ich hab dich im Auge, ne? Ja, ich hab dich auch, Alter. Ich hab dich auch, Alter. Einer muss noch voten und ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Alle wieder im YouTube. Tschüss. Bitte tötet mich nicht. No one was ejected. Skipped. Ja, zwei. Es sind also zwei Killer unterwegs. Es soll ähnlich sein wie TTT. Und jetzt retten wir die Pinky schon wieder hinterher. Geh weg jetzt! Ich hab echt keine Ahnung von dem Spiel. Aber ich dachte, ich lege mir mal so ein blutdrünstiges Outfit zusammen. Also hier mit der Maske und so. Damit ich, äh, ja ein bisschen böse aussehe und mich die Leute dann in Ruhe lassen. Fixing Ring. Nein, wuschel, nein. Wuschel bitte nicht, sei lieb. Muss ich irgendwas drücken? Nein, wuschel. Okay, ich kann auf jeden Fall sagen, wer... Es sind zwei tot? Ja, Sarah, Pinky ist es. Glaubt mir. Ich sag's mal so, Pinky war's, sie ist durch den Tunnel gerade abgehauen. Ich war grad an der Kamera, Pinky. Ja, sag ich auch. Das darf nicht wahr sein. Nee, das ist auf jeden Fall... Das darf nicht wahr sein. Du bist pink. Du bist es auf jeden Fall gewesen. Aber du hast rot gesehen, nicht pink. Das sagt sie vorher noch, ich werd euch nicht töten. So läuft der Hase hier nicht, ne? Ich hab grad auf der Kamera gesehen, dass du durch den Tunnel durch bist. Du bist auf jeden Fall einer der Killer. Das Problem ist, wir sind jetzt wenige. Und Juna, pass auf. Jetzt müsst ihr einen voten. Alex, der checkt das Spiel noch nicht, also ist es wuschel. Ja, lasst euch nicht von ihrer grünen äußerlichen Art... Sie ist jünger. Das ist Altersbonus. Ja, genau. Oha. Nee, 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 nee. Voted. Wir müssen jetzt einen voten. Wir können nicht zwei Killer voten. Na, ich hab mein Vote. Also ist auf jeden Fall Pinky, weil sie durch den Tunnel gerade, also durch die Luftschächte da... Sie haben simultan, haben sie uns getötet, Juko. Simultan. Pinky muss auch noch voten. Die zählt. Achso, ich muss auch noch voten. Ja, ja, auch als Killer musst du... Simultan. Darf sich auch selber voten. Und es fehlt auch. Ich... Okay, und dann bis zum nächsten Mal. Alle muten wieder. Pinky war so ein Imposter. Also, Pinky war schon mal einer. Und ich weiß, wer der andere ist. Aber ich darf mich ja jetzt nicht entmuten, wenn es dann darum geht. Ich geh mal zu Juko. Okay. Juko. Juko. Ich bin ein Geist. Juko. 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 Läuft eigentlich die Aufnahme? Ja, die Aufnahme läuft. Oh! Oxygen. Was? Was ist jetzt los? Hier. Ich mach's zu. Und hier. Und hier. Tut was. Tut was. Ich möchte nicht sterben. Ich bin ein Geist. Bitte. Aber da war es Juna wirklich nicht. Ich hätte voll gedacht, dass es Juna ist. Alter! Gerade als ich den Mund gedrückt habe, wollen die mich verarschen? Ich hab's gewusst. Ich hab noch, ihr konntet mich zwar nicht hören, ihr konntet mich nicht hören, weil ich ein Geist war. Aber ich hab gesagt, lasst euch nicht vor ihrer grünen Äußerlichkeit täuschen. Jugendbonus. Und ich so, ja, 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 ja. Es liegt in der Familie. Ja, natürlich liegt es in der Familie. Keine gute Kombi. Ey. Und da sagt, da sagt die Kleine vorher noch so, ich werde euch alle nicht töten, nur Pinky. Ging ja nicht. Viele Wasser sind tief und dreckig. Hör mal, hör mal, hör mal, wie die beiden... Oha, ja, guck mal, das sind die ersten Anzeichen. Hör mal, wie die beiden so dreckig lachen. So, ha, 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 ha. Ey. Hey, hey, hey. Wer war das? So, was muss man jetzt machen? Ja, play again, oder was? I play again. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir warten halt auf den Host, genau. Wuschel, geh weg von mir. So, weil es dann wieder losgeht, wieder mute. Pinky, du auch. Aber jetzt bin ich pink. Warum wird dich denn jetzt orange? Leute, Leute, wenn Alarm ist, müsst ihr dorthin laufen, wo das dann auftaucht. Ja, bei mir kam ja auch Wuschel, das hat mich erwischt. Ja, deswegen bist du abgehauen und Wuschel stand mit jemandem allein und dann sah ich nur noch, okay, ich muss zum Knopf. Hey, ich habe eine Frage. Warum liegt da Stroh? Weil das deine Pipi-Stelle ist. Nein. Der sitzt jetzt hier ready go und so. Genau. Oh Gott, das war ein Stück. Bin ich Host? Weil wenn ich, wenn ich auf Start drücke, geht's los. Aber Pinky, du musst schon aufpassen, die Kameras, wenn die rote Licht haben, ne? Okay, und sch... Bin ich, ich bin kein Killer wahrscheinlich. Warum bin ich eigentlich nie Killer? Elektro-Fixing-Var. Also, ich muss dieses... Komm, sabotage... Oh, wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? So, ich habe das, glaube ich, hingekriegt. War zwar nicht das, was ich machen musste, aber ich habe es hingekriegt. Ich verstehe das nicht. Ich muss diese... Warte mal, hier? Oh, ja, das muss ich. Da. Da. So. Und so. Oxygen, Oxygen! Schnell! Hallo? Ne. Oh, was? Ne. Was? Ich habe... Ich kann direkt... Ich kann direkt voten. Ich habe ihn gesehen. Das ist stramm. Ist mir voll in die Arme gelaufen. Ich sage ganz ehrlich, Juna war es. Wie denn? Ich bin doch wo ganz anders. Also, es tut mir leid. Ich kenne ihn persönlich nicht. Es tut mir leid. Petter, du warst das. Ich habe das genau gesehen. Ich bin um die Ecke gekommen, da lag irgendwas auf dem Boden und du kamst gerade angerannt. Du wolltest an mir vorbeirennen. Ich dachte mir so, was liegt denn hier für Fetzen rum? Okay, warte mal. Wo sind wir denn? Ich vote jetzt. Ich vote jetzt. Wen habt ihr denn gevotet? War das Murphy oder Yuko? Wen habt ihr denn da? Und wo? Ich weiß nicht, da lag nur was auf dem Boden und da kam Petter angerannt und ich dachte so, ne, ne, hat er nicht. Ich kam gerade so angezündet. Ich wollte gerade die Elektrodinger da suchen. Also, ich weiß, ich habe niemanden gesehen. Ich bin ganz alleine. Ich habe keine Ahnung. Ich. Was für ich? Knallhart. Wir Schweine. Knallhart. Alex, du mitzieher. Ich vertraue seine Aussage. Das ist wieder so der Gruppenbord. Ja, wir trinken jetzt ein Bier. Trinkst du auch eins? Ich vertraue seine Aussage. Warum wurde jetzt niemand drauf... Entschuldigung. Was zum... Warum wurde jetzt... Warum wurde jetzt keiner rausgeworfen? Das ffft mich jetzt nur ein bisschen ab. Ah. Ne. Nicht schon wieder. Bitte macht das aus. Bitte macht das aus. Shit, shit, shit. Warte, 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 warte. Ich bin gleich da. Warte, warte. Zack. Ah. Zack. Ah, Glocke. Hab it. Puh. Peta, ich behalte dich im Blick, ja? Du musst dir gar nicht versuchen, mir hinterher zu rennen. Nein. Superslag, geh weg. Aha, geh weg. Okay. Okay, okay. Ich bin ein bisschen... Nein. Ich bin ein bisschen nervös. Was zum... Hallo. Was ist jetzt wieder passiert? Nee. Peta, es tut mir so leid. Pata. Was? Nein. Wo ist denn die Leiche? Äh, bei Storage. Hast du sonst noch jemanden gesehen? Außer Pinky. Hä? Der Pinky von da an aus gesehen. Ich habe gerade Krabel zusammen gelötet. Ich habe sie zu lachen. Glötet. Also, du hast Pinky gesehen, die aber auch vortäuschen kann, da was gemacht zu haben. Oder du selber warst es und hast gecallt. Wartet, wartet, ich kriege das raus. Wartet. Oder der Tod ist viel, viel früher schon eingetreten und wir haben die ganze Zeit weitergespielt. Also Pata hat vorher noch gelebt. Da ist man noch hinterher gerannt und ich dachte... Warte. Wo? ...im Spiel vor ungefähr drei Minuten. Ja, da waren die anderen glaube ich auch noch am Leben. Tut mir leid, dass ich das Kennzeichen nicht notiert habe. Aber warte, ich kriege das aus Pinky raus. Pinky. Pinky. Okay. Pinky. Hier, hier. Täuschst du vor? Nein. Das Problem ist, wir müssen entweder jemanden voten oder wir müssen skippen. Aber dann wird es noch leichter für die Killer. Ich skippe. Ich habe so keine Ahnung. Ich skippe auch. Warte, Pata war es. Zu Pata, es tut mir leid. Ich habe auch keine Ahnung. Wuschel. Wuschel hat anscheinend Pinky oder willst du von sich ablenken? Okay. Okay. Okay, wir machen frisch, fröhlich weiter. Warte mal, jetzt sehe ich auch, wo ich hin muss. Da unten muss ich hin. Da, hier. So, blau zu blau, lila zu lila, gelb zu gelb und rot zu rot. Yay. Höh. Nicht mich töten. Warum steht er nur bei mir? Der wollte mich bestimmt töten. Superslide, ich behalte dich im Blick. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Oh, jemand hat es ausgeschaltet, Gott sei Dank. Empty Garbage. Pinky, mach, dass du wegkommst. Warum stehen die alle immer so bei mir? Was soll das? Warum reiben wir Pinky schon wieder hinterher? Pinky ist es. Pinky ist es. Die ist es, die Sau. Na. Ich werde gleich sterben. Na. Seht ihr schon wieder, Pinky? Schon wieder, Pinky. Aber diesmal bin ich nicht ganz so nutzlos. Warte, wo? Hier. Ich bin gleich tot. Ja. Ja. Nein. Ich habe alle gekillt, ey. Was? Nein, warum? Ich lebe ja noch. Ja, aber ich habe genug gekillt, dass ihr tot seid. Aber ich lebe da auch noch. Böse. Das darf doch nicht wahr. Jetzt haben die schon wieder. Ich habe schon. Ich habe schon. Ich habe schon. Ich habe schon zwei gekillt, ey. Und da haben wir einfach eine Zeit begrenzt. Und Nemi, danke, ne? Super, 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 super. Oh Mann, ey. Mein Kopf war ab, Nemi. Mein Kopf. Was? Die hatte den... Was? Sag mal, wie kannst du es wagen, ey? Das ist ja voll brutal. Ja. Ich hätte ja auch welche gekillt, aber ich wusste nicht wie. Also habe ich nur Sabotage betrieben. Du hast unten rechts, hast du Anzeigen wie Killen, Sabotage und so weiter. Ah, ich habe nur Sabotage gesehen. Und Tuna kam am Vorbeigehen so. Zick. Ja, du darfst die Stimmtheim als Killer. Du musst direkt gucken, dass du ein Alibi findest. Boah. Tuna ist hart, ey. Ich habe es bei den Pilsmeets gesehen, wie schlimm das sein kann. Ja, okay. Für mich war das die erste Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Was? Schaut bei den anderen vorbei. Ich habe jetzt meine 17 Minuten nämlich drin. Und dann seht ihr bei der nächsten Folge, wie es weitergeht. Mal sehen wir dann, wie Killer sind. Ja, dann beende ich meine Folge hier auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Jo. Macht's gut. Ciao.